das ist der salamander der mir mal abgehauen ist vor über einem jahr als der wirklich so war also halb so groß das ist jetzt die sagen wir provisorische box ja hab soweit eben saubere hände deswegen nehme ich auch jetzt die hände so also ein bisschen schmal ist er von geschlecht würde ich auf das schwierig kopf ist ein bisschen breit aber ist insgesamt recht schmal das tier bisschen spitz ist vorne die schnauze also ich kann mich echt schwer tun bei männchen weibchen einschätzen jetzt bei den anderen zwei tieren wo ich den vergleich habe die geschwister sind da kenne ich ja ansonsten das hier ist jetzt die box hat über ein jahr anderthalb oder so im keller überlebt und